Grüß euch, ich bin der Markus und bin Spargelbauer in Markeld. Wir sind ein Familienbetrieb und sind seit über 30 Jahren biologisch wirtschaftend. Wir kultivieren bei unserem Hof sowohl grünen als auch weißen Spargel. Am einfachsten sieht man, ob Spargel frisch ist an der Schnittstelle hinten, wenn man mit dem Nagel hineinkratzt und es spritzt nass raus. Also die Erntezeit ist von circa Mitte April bis Mitte Juni. Wir arbeiten jetzt seit über einem Jahr mit Gurkarl zusammen und die Zusammenarbeit funktioniert wirklich hervorragend. Ich schätze an Gurkarl besonders, dass man sehr, sehr kurzfristig Absprachen treffen kann, die dann auch halten. Durch die kurzen Wege kommt unser Spargel sehr, sehr rasch beim Kunden an und diese innovative Idee, die ist wirklich super. die Angelegenheit in Markeld. Juste Doofüzik